und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier von mir hier wieder auf diesem kanal heute spielen wir minecraft so wir suchen uns den server aus wir benennen ihn und so jetzt müssen wir warten bis er geladen wird wir spielen minecraft wir werden zuerst materialien fahren dann werden wir den hausbau wird auf jeden fall ganz cool ja jetzt wir haben bonus truhe eingestellt also wir müssen ja wo ist die bonus truhe das jetzt ich frage wir sind auf dem baum das ist sehr cool ja jetzt müssen wir runter so wir haben jetzt alles mitgenommen wir nehmen am besten auch noch mal truhe mit weil man kann ja immer genug gebrauchen und wenn noch kein mitglied in meinem disco server seid könnt ihr gerne beitreten link ist in der beschreibung da ist ein scharf das zünden wir kommt ja schaff schaff weg sehr gut ja das ist eine schlucht sehr sehr cool sehr cool auf jeden fall so dann gucken wir alles mal dann gucken wir was wir alles haben wir haben auf jeden fall ein paar sachen holz das machen auf jeden fall alles weil holz ist natürlich cool wir wollen ja aufbau noch dieser folge die wird ja auch noch ein stück gehen so machen wir ein bisschen holz sticks und sowas grounding table so und dann würde ich sagen wir fahren ein bisschen holz wir sehen uns bis gleich so wir sollten jetzt eigentlich genug holz zu haben auf jeden fall brauchen wir jetzt auch noch stein also wir waren jetzt giant bis dann so das sollte fast genug sein wir wollen jetzt noch ein bisschen mit bis die nachkommen machen die spitze kaputt weil das das lohnt sich nicht das schwein okay okay wir nehmen die sticks und sowas mit das natürlich das nimmt man gerne mit so dann suchen wir jetzt wo wir unser haus bauen weil wir wollen ja einen haus bauen noch wir suchen uns eine freie frische vielleicht auf dem berg und dann machen wir ein bisschen frei also auf dem hügel oder berg ja wir haben ja kein bett das heißt wir müssen uns beeilen weil es wird halt bald auch nacht und die videos wenn du ein paar tipps hast ich bin offen du kannst mir auf discord eine nachschreiben oder in den kommentaren weil ich bin nicht der profi weil ja jetzt jump in jump in run und ja jetzt suchen wir uns dieser berg ja wir sind oben aber wir sind nicht der gut also das ist kein guter platz hier gerade obwohl da ist ein hund hallo hallo hund doch wenn wir uns das frei machen ja also wir machen hier uns das frei und ja wir sehen uns dann so es wird auch schon nacht wir haben die fläche fast gebaut wir machen die jetzt noch ein bisschen rein die sonne geht unter das sieht ganz gut aus so die fläche ist jetzt fertig aber jetzt müssen wir noch das haus bauen und das ist schwer ja so ja was machen wir wo fangen wir an wir fangen wir machen noch eine Reihe klar und dann würde ich sagen dann wir nehmen das holz wir nehmen birke oder was ist birke keine ahnung dieses eine holz was ist das eichen genau eichenholz und ja wir fangen einfach mal an wir machen drei drei ja drei hoch und das machen wir jetzt ganze zeit wir sehen uns bis gleich so wir sind hier fast fertig mit dem haus hier kommt die tür rein rein ja und das dach muss halt noch hoch und sonst sind wir fast fertig so jetzt müssen wir hoch und wow wow ja genau danke jetzt hier jump in one und noch ein sehr gut und jetzt bauen wir hier das dach eins und wow ja und was machen wir jetzt wohl oh wow die ist abgestürzt nein das ist aus so jetzt sind wir wo was ist ein 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 creeper ist während ich wegfahre also während ich abgestürzt ist deswegen hab ich auch nur ein halbes leben verloren okay das hilft natürlich aber oh mein Gott um zu kämpfen hier wird zu bam hier kriegt noch einen also gut wir müssen uns beeilen weil naja das äh haus ist so nicht besser geworden wir wollten jetzt das dach bauen jetzt müssen wir erstmal noch hier fertig und mit dem holz wird's auch knapp glaub ich ja wir sehen uns wenn finden wir das dach hast fertig ach ich hasse es so wir müssen jetzt hier das dach bauen und wow das mache ich ja richtig gut finde ich absolut richtig gut richtig gut richtig gut und warum und so wir machen jetzt hier genau so gut das bauen wir ab das auch das auch das auch und das ja jetzt habe ich jetzt habe ich die fucker das ist das ist jetzt nicht so gut ja jetzt machen wir die dächer das dach und wir haben wir haben wir haben wir noch wir haben nicht viel wir können das noch ein bisschen machen 20 20 machen wir oh oh ja wir haben einfach noch einen stack das sollte genug sein glaube ich und ja so jetzt gehen wir hier rüber genau und wir sehen uns gleich so wir sind fast fertig wir machen jetzt noch hier die Feinheiten und so ähm wir müssen jetzt eine Tür bauen und so wir bauen jetzt die Tür genau wir machen erstmal hier so Crafting Table Ofen und die Kiste die haben wir bekommen durch die Bonusrolle und dadurch bekommen wir jetzt die Tür das ist gut ja zuerst machen wir uns genau den Ofen den wir machen wollen so den Ofen den Mittel genau stellen wir jetzt da hin und die die Kiste genau die Kiste und die Kiste befüllen so das äh war es dann mit dem Video wenn es euch können wir lassen dann Abo wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss bis dann depois bis gonna ン hör j den tschüss sie hat so Untertitelung des ZDF für funk, 2017